So, es ist 2 Uhr nachts. Wir sind jetzt aufgestanden und machen uns fertig. Guten Morgen, Sonne der Sonne. Erstmal einen Kaffee. So, meinen Kaffee trinke ich immer blond und süß, wie meine Freundin. So, ich mache mich jetzt immer weiter fertig und werden in den ein oder anderen Trauk und Block sicher noch abdrehen. Also vorne bis dahin wieder. Guten Morgen. Wie ihr seht, es ist mittlerweile hell und die Sonne scheint und wir sind on the road. Wir sind hier mittlerweile ungefähr bei Passau auf der A3. Wir haben schon fast 5 Stunden hinter uns. Der Igor ist noch ganz fleißig hinterm Steuer. Ich habe vorhin ein bisschen geschlafen noch und bin jetzt einfach wach. Und dann werden wir gleich mal wechseln und dann geht es weiter. Ja, hast du noch was zu sagen? Ja, wir sind um 3 Uhr losgefahren, Punkt 3. Wir haben jetzt gleich Viertel vor 8. Und ja, die Nacht war sehr kurz, aber was tut man nicht alles für die Familie. Kann ich nur so unterschreiben. Bis später! Bis später! Und weiter geht's. Gell? Vorletzter Pause, schätze ich mal so, haben jetzt noch 5 Stunden für uns, also maximal, laut Navi, aber man weiß ja nie. Und ja, es wird nochmal ein kleiner Energy-Biest. Ich hab's an einem Autofass vorbeigelaufen. Achso, ich hab's halt da hinten dran. Ich hab's halt da hinten dran mit dem hans. Aberbajник, den Ihr in же Re contribuiert. Musik Bis zum nächsten Mal. 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 Da können wir noch Kekse holen. Ja, das ist doch auch die Fanta, die wir auch mal im Urlaub geholt hatten. In Spanien. Hier, oder? Und die blaue? Und die blaue? Bis zum nächsten Mal. Doch, 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 wo waren wir denn da? Auf Malle oder Fuerteventura? Ja. Ja. Ja, das ist aber auch nicht, oder? Seit wann haben die hier dann Pfand? Ja, das ist ja auch nicht. Ja, das ist ja auch nicht. Ja. Ja, das ist ja auch nicht. Ja, das ist ja auch nicht. Ja. Ja. Wir sind jetzt hier unterwegs. Wir sind jetzt hier unterwegs zu einer kleinen Little Ferry. Ja. 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 900 Personen, glaube ich. Und 400 Autos. Ja, wir haben jetzt einen. Fick. So, wir könnten uns das leisten, aber wir haben das Geld nicht gewechselt. Ne, richtig. Kommen wir mal ins Wasser, oder? Kommen wir mal ins Wasser, oder? Kann man doch, oder? Ja, klar. Ja, meinst du, als kleines Kind kriegt das eine Strafanzeige? Die Anzeige ist raus. Mhm. Das hier schmeckt wesentlich besser als das andere. Ja, das andere hat einfach nur noch Pepsi. Ja, bisschen Schleichwerbung hier an der Stelle. Pepsi, Mango. Nicht verkehrt. Nicht verkehrt. Soll man dann ins Wasser können? Ja. Boah, die klippt gerade. Mhm. Mhm. Ja. 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 Ja, rausig eternaln. Ja. 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 Ja, ja. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.